Und somit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Division. Hallo Christian. Auch von mir ein Hallo an alle. Ja, guck mal, weißt du wo ich bin? Auf dem Dach oben. Haha, okay. Alles klar, du warst wachsam. Jo, dann machen wir mal weiter, ja? Ja, rechts ist welche, Achtung. Äh, da geht's gar nicht rein eigentlich. Rechts kann eigentlich nichts passieren. Ist bestimmt hinter dem Gebäude. Also, den Bereich von verbleibenden Gegnern säubern. Äh, hier lang? Oh, wo kommt der her? Ja, wo kommt der her? Alter, wo kam... Der war... Naja, was auch immer. Liebes Zuschauer, ihr habt gesehen. Ihr habt's gesehen, wo der auf einmal rauskam, ja? Ihr habt's gesehen. Ja, wo willst denn du hin? Selber Bastard. Komm mal runter. Der ist wieder. Ganzes Magazin verballert. Warst du das? Ja. Ah, ja. So, 230 Credits. Und fast 6000 Erfahrungspunkte. Also, die Punkte sind echt geil, was wir hier gerade sammeln. Ja. Du, machen wir weiter in Times Square Kampf. Da ist schon der nächste. Irgendwie sammeln wir nur noch Dings hier, ne? Äh, die Tech-Flügel-Güter. Das ist doch gut. Da haben wir auch sowieso wenig. Ja, klar. Da muss ich einiges freischalten. Also, ich hab schon gewählt und ich sehe, du läufst schon. Äh. Ja, warte mal, warte mal, warte mal. Da ist irgendwas Neues gerade gekommen. Hast du gesehen, ja? Ja, ich hab's gesehen. Okay, Planänderung. Planänderung machen wir erstmal das. Das kam gerade neu, ne? Ja, das kam eben gerade neu. Geil. Also, heißt das, da kommen immer wieder neue, neue Missionen. Ich hab hier welche, kommst du? Da stand doch Geiselrettung. Guck mal, wo ich bin. Wow, 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 wow. Du blöder Wichser. Ja, komm mal her zu mir, du. Officer, komm mal her. Alter, 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 alter. Wenn du mal sehen würdest, wie ich Kugel verballer. Das ist doch mal geil. Oh, oh, Granate. Ah. Feindpräsenz, pass auf. Da kommen noch mehr. Hab's gesehen. Achtung. Ja, eine ganze Welle kommt da. Oh, da ist ein Starker dabei, ne? Echt? Ja. Ah, ich seh grad nix mehr. Scheiße. Oh, oh. Weg, weg, weg. Deine Schrotflinte ist echter Hammer, ey. Deine? Deine. Ich hab, ich hab die schon grad nicht, die Schrotflinte. Echt? Ich dachte, du hättest die Schrotflinte, weil die grad so alle geflogen sind. Nein, nein, ich hab die andere. Die, die, die starke. Wie heißt die nochmal? Keine Ahnung. Äh, die von letzter Folge auch. Und nebenbei hab ich noch die AK-47. Lebst du noch? Ja, ja. Okay. So, ich schmeiß mal jetzt eine Granate, das ihm dann sucht, ja? Guck mal, wie der, wie der wegläuft. Ja, ich geb dem auch grad. Du bist bei dem Lillanen dran, ne? Äh, ja. Inventar, wo? Oh, jetzt hast du grad Zeit. Hast du grad Zeit, da schießt sie auf mich die ganze Zeit. Komm zurück, Alter, komm. Was ist denn der? Der ist genau da, wo meine Granate ist. Bam! Naja, scheiße, doch nicht. Kümmer du dich mal um ihn, ich muss mal kurz ins Inventar. Hab wieder so viele neue Sachen, das gibt's doch nicht. Wieder so eine Magnum, die ich gar nicht mag. Den kann ich ja als Schrott zerlegen. Okay, kommst klar alleine? Was, mit dem Typ? Ja, ja. Sag, das kümmere dich um ihn und zwei Sekunden später war er tot. Also mach nur das, was du sagst. Willst du mich verarschen, ist er weg? Nein, ja, der ist weg. Okay, gut. Es war wirklich so, vielleicht waren es drei Sekunden, okay, aber ich hab den Kopfschuss gesetzt, fertig. Du kannst aufstehen, glaub mir doch. Ja. Es gibt's nicht. Es gibt's nicht. Sorry. Ein bisschen. Wo ist denn der, warte mal, wo ist der gestorben? Vielleicht hat er was Schönes verloren. Es gibt's doch nicht, das war so, so eine Art Endgegner und der verliert nix, das gibt's doch nicht. Geiselrettung, den Bereich nach dem Schlüssel absuchen, wo ist denn der schöne Schlüssel? Da ist er. Komm auf der Karte nach, muss es hier irgendwo sein. Da oben, glaube ich, oder? Da oben liegt er, wie kommen wir da hoch? Komm, gib mir mal, gib mir mal Hilfe und ich geh auf deinen Rücken und dann... Dein Schlüssel erfordert mich, ja, wir kommen wieder hoch. Wenn das so einfach wäre mit Rücken, also... Ich bin schon oben. Ja, auch nicht, aber du weißt wie, ne? Ja. Da brauche ich nicht mit hoch, oder? Ne, ne. Warte mal kurz. Achtung, da kommen neue, ganz viele. Wo, wo, wo? Ich seh's noch nix. Verarscht. Hast du jetzt wirklich gesucht, ja? Ja, natürlich. Ich wollte schon R1 drücken. Oh, mein. Ich bin halt ein Scherzkeks. Half-Peace. Da ist was. Umgebaute SMG9. Hey, ne schöne Waffe, glaube ich. Nehme ich mit. Mission wählen. Ja, natürlich, das mache ich doch schnell. Schon getan. Was machst du denn da auf dem Boden? Was machst du da? Was, ich? Ja. Ich bin doch gar nicht auf dem Boden. Ich steh neben dir. Warte mal, das ist, das ist gerade ein Grafikfehler. Wenn du dich selber sehen würdest. Ich bin ganz normal, steh ich da und seh dich wie du... Ne, also deine... Das ist echt irgendwie wie eine Behinderung. Zwei Hände auf einer Seite. Und mir. Du gleitest da auf... Du gleitest da irgendwo hin. Warte mal, ich muss mal ins... Ich muss mal ins Menü. Das sieht echt behindert aus. So, jetzt vielleicht verbessert. Ne, hat sich immer noch nicht verbessert. Das gibt's doch nicht. Also, bei mir ist alles gut. Solange es bei dir gut ist, dann machen wir weiter. Das ist auf jeden Fall... Ein Fehler von den... Vom Spiel. Achtung, da vorne rechts. Ja. Du kannst mal später... Die Folge angucken, dann weißt du, was ich meine, Christian. Sieht gerade echt behindert aus. Wenn ich dich anschaue. Achtung, Granate. Oder? Was willst denn du? Und du, was willst denn du? Sag mal, wo sind die denn? Im Haus. Ja, hier, ich hab' ihn. Ich hab' ihn, ich hab' ihn. Da ist noch einer. Oh, oh. Ey, du... Du Arsch! Okay, ich glaub' alles fertig hier, oder? Ja. Ach. Inventar voll. Eine M870. Eine Schrotflinte. Komm mal her. Oder warte mal kurz. Okay. Ich hab' ihn. Zerlegen, bitte. Also, wenn man diese Nebenmission macht, da findet man sehr, sehr viele Sachen, ne? Ja. Ich hab' schon so vieles zerlegt heute, das ist... Das ist irgendwo nicht mehr normal. Äh, 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 also das macht alles schlimmer, nein. Das macht's auch nur schlimmer. Was war das? Keine Ahnung. Hat sich auf jeden Fall übel angehört. Also, ich bin soweit. Ja. Ich auch. Dann mal weiter. Äh, sag mal, dann ist es schon eine Mission. Immer noch eine, eine neue, ne? Ja. Vor lauter Missionen weiß ich schon gar nicht mehr, was was gerade ist. Also, hier sind gerade wieder sehr viele Missionen. Lade lokalisiert. Lade Koordinaten hoch. Pass auf. Wir sollen den Waffenhandel unterbrechen. Kommt, komm, 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 komm. Oh, was war das für eine scheiß Granate von mir? Hahaha, geil. Ey, ich hab da eine Granate geworfen, eben gerade. Und, das war so eine Blitzgranate. Blitzgranate. Pass auf, da ist einer mit einer, mit einer Zielfernrohr. Okay. Wo ist der? Der ist schon weg. Oh, warte, 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 wenn wir das jetzt markieren, dann kommen viele. Warte mal ganz kurz. Ich wähl mal, ich wähl mal das weg mit der, mit der, mit der scheiß Suchergranate. Ich hol uns unser, unser Geschütz wieder her. Ich hab gerade ein irgendein anderes Problem mit meiner Granate. Wenn ich die anwähl. Ja. Ich kann die irgendwie, doch jetzt geht's auf einmal. Steht das nicht. Ich konnte keine Granate werfen, was ich gemacht hab. Okay. Ja, dann kannst du sie ja gleich mal probieren, weil da kommen gleich ganz viele, glaube ich. Ja. Dann mal los. Andere Seite. Nein, 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 das war schon... Achso, ja. Oh, von beiden Seiten, pass auf. Warnung, Gegner nähern sich. Von beiden Seiten kommen die. Warnung, Feindkraft nähern sich. Warnung, Schreckfrau Richtung wurde entdeckt. Wow, 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 wow. Wo bist denn du, Christian? Ich bin hinter dir. Hey, das gibt's doch nicht, das gibt's doch nicht, das gibt's doch nicht. Hey, die verstecken sich immer an der falschen Stelle, hast du's gemerkt? Immer vor unserem Gerät. Oh, Mann, 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 keine Munition mehr. Warum hab ich keine Munition mehr? Haben wir's ja alle, ne? Nein, 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 da kommen noch mehr. Noch sieben Sekunden. Sechs, fünf. Okay. Mach schon mal ein paar Granaten bereit. Warnung, Sprengvorrichtung wurde entdeckt. Und, schmeiß genau da, genau, geradeaus, da kommen die doch, oder? Warte mal, achso, wir müssen da hin, scheiße. Wir müssen... Ah, wir müssen das Ding verteidigen da drüben. Scheiße, scheiße, oder? Oh, 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 oh. Ach, das sind Leute von uns auch noch. Da kommen noch mehr. Hinter uns kommen auch welche. Wow, 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 die ganzen Leichen hab ich in die Luft fliegen lassen. Äh, hinter uns sind auch welche. Ja, genau, geh du mal dahin. Ich kümmere mich, äh, um den Platz hier. Das gibt's doch nicht. Warum kann ich meinen tragbaren Schild nicht mehr aufbauen? Boah, hier hab ich aber viele, ey. Ja, ich auch hier, auch noch starke, ey. Ach, fuck. Oh, 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 oh. Jetzt werden's viele, jetzt werden's hier viele. Kriegst du's hin? Ich glaub, ja. Ja, die von dir kommen jetzt auch noch her Ja, ich komm zu dir Ich bin gleich bei dir Ja, ich glaub Ja, warte, warte, warte Komm mal hinter dem Auto Ja, hier Wo bist du, wo bist du? Hier, hier, rechts Am Straße ran Kampf fehlgeschlagen, warte mal Wahre zerstört, scheiße Wir sollten irgendwas beschützen, verdammt nochmal Ach, okay, ich sammle erstmal alles ein Bevor wir die Mission neu starten Ich hab hier noch Gegner, ne? Ich weiß, ich weiß, aber Komm doch erstmal einsammeln Das kann ich grad nicht nehmen Warte mal, wo sind die denn? Ja, ja Inventar ist voll Was ist denn das? Äh Ein Schalldämpfer Warte mal Ich wähl mal die Mission nochmal Ja Schau mal, ob ich noch was sammeln kann Aber du kannst ruhig anwählen, ja Ich kann die grad nicht anwählen Scheiße Die ist weg Ja, die ist weg Die kommt aber wieder, glaub ich Ja, ich glaub auch, dass die wieder kommen Jetzt müssen wir zum nächsten gehen dann Oder wollen wir erstmal hier ein bisschen Ja, ein bisschen kämpfen, wollte ich sagen Ja, lass uns doch ein bisschen kämpfen Hier liegt noch was Ich muss das nehmen, warte mal Ist Ist echt ein Problem grad mit dem Zerlegen Was erlege ich als nächstes? Bam Brauch ich nicht Ich baue mir irgendwann meine richtig geile Schrotflinte Du kannst auch weg Also dieses Objekt besitzt Mods Ben Äh Warum besitzt du Mods? Warum? Da kommt schon wieder einer, oder? Nein, das war ich auszusehen Ich hab Hast du mich erschreckt? Ja Hättest du gesehen, wie schnell ich wieder im Spiel war, du? Du hast zu lachen, ey Jetzt komm mal mit Jetzt komm mal bitte mit Alter Lebst du noch? Ja, ja Ach, bist du das mit der Granate die ganze Zeit, oder was? Ja Boah, was war das jetzt? Das Das bedeutet, du lebst nicht mehr, oder? Doch, 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 doch Aber ich blute Ich hab eine blutende Wunde Mann, ich finde immer Waffen, die schlimmer Schlechter sind Oh, wieso kommen da schon wieder Gegner? Jetzt kommt die ganze Zeit, oder? Die ganze Zeit kommen nur Action, ey Das ist irgendwo auch geil Komm, dann wähl ich schon mal die nächste Mission Würde ich sagen Ähm Nebeneinsatz Ach, das sind sogar zwei nebeneinander Äh Machen wir erstmal die kleine Schon gewählt Okay, los geht's Da vorne sind welche, ne? Pass auf Pass auf Jetzt sind die auch mal hinten Hä? Ja, das ist die ganze Zeit so Ich verstehe das auch Okay Vielleicht wissen das unsere Zuschauer Und können uns mal einen Tipp geben Was soll denn das? Ich glaub, die sind da im Haus drin Oder irgendwo Zwischen den Häusern Kann natürlich auch sein, ja Ach, wieder so ne scheiß Satellitenverbindung Aber mein Müssen wir wieder auf die Dächer, glaub ich, oder? Mit Sicherheit, ja Ich folge dir, du Ah, so viele Taxis hier, ey Guck mal Alle am Arsch Wow, guck mal hier Wow, krass Was ist, was ist so krass? Guck mal, du hast da was versehen Äh, Werkzeug, Werkzeug Hast du auch bekommen? Nein, jetzt hab ich's, ja Guck mal, da hängt einer Siehst du's? Oh Ah, scheiße Ja, da hängt einer Da hängt einer von uns Ja, ja, wir hören euch Christian Guck mal, ich soll da hoch Ich geh schon mal hoch Ja Ich weiß nicht, aber Ob da jetzt sehr viele kommen Werden wir sehen Ich geh mal alleine hoch Aber wenn du unten fertig bist Kannst du auch unten hochkommen Ja, hier kommen schon welche Scheiße Scheiße, Scheiße, Scheiße Äh, 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 äh Ja, wo seid ihr denn? Jetzt hab ich auch noch ne Zeit angegeben Wow, jetzt kommen ganz viele Ich hab ja auch total viele Also ich weiß gar nicht, wo die alle herkommen Scheiße, ey Okay, was sind das Also ich glaub Ich brauch deine Hilfe hier oben Sonst schaff ich das nicht Bevor die Zeit abläuft Ich hab noch eine Minute und 50 Sekunden Okay Ich weiß gar nicht, wo's da hochgeht Boah Sag mal, willst du mich verarschen? Ich hab keine Ahnung, wo's hier hochgeht Äh, da waren LKW Und so ein paar Kisten Da musst du einfach hochklettern Ich komm hier grad nicht weg Oh, scheiße Ich glaub mal Vielleicht halt ich aus, dass ich nicht sterbe Aber Die Zeit Das schaff ich nicht, glaub ich Die Zeit ist gleich vorbei Also unsere Waffen sind auch zu schwach Für diese Gegner Das gibt's nicht Das gibt's nicht Ich glaub du hast stärkere Waffen gehabt Aber dich brauch ich grad hier Guck mal, wenn man dich braucht Bist du nicht da Bist du jetzt da? Nein Ich muss Ich komm hier nicht weg Warte mal Ich probier's jetzt nochmal LKW da jetzt Boah, das ist Die schießen auch nicht die ganze Zeit, ey Oh oh Scheiße Ich glaub das Können wir vergessen 18 Sekunden noch Blöden Fixer 18 Sekunden noch Ne, was für 18 Sekunden Das ist fertig Fehlgeschlagen Und mein Inventar ist wie immer wieder Voll Äh Kümmert du dich mal um ihn Ich Guck mal nach meinem Inventar Wieder Verdammte Scheiße Ein bisschen noch mal Äh Äh